Auf der Baustelle in Kraichtal ist auch noch kein Ende in Sicht. Maurerin Julia muss mit ihren Kollegen eine Bodenplatte betonieren. Doch damit können sie erst beginnen, wenn Julias Vater die Vorarbeiten seiner Tochter kontrolliert und für gut befunden hat. Gucken wir mal, ob das stimmt vom Abstand. Die sind eiser, die sind fest? Ja, die sind alt. Das ist okay. Die Abstände sind auch... Lange haben wir die Strangen im Auto eingebaut. Abstände sind auch okay. Ja. Das, was wir noch machen müssen, dann hätten wir die Kralle noch machen müssen. Die Verbindungen, die sind da. Ja. Die müssen wir noch ein paar Mal nachmachen. Okay. Ich bin so stolz auf sie, weil sie sich in der Männerdomäne durchschlägt. Es ist immer noch ein Männerberuf, aber für Mädchen ist immer ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte. Aber ich muss sagen, top. Sie kriegt das durch. Sie lässt sich nicht immer kriegen. Und dann kommt auch schon der Betonmischer. Jetzt müssen Julia und ihre Kollegen noch eine Schippe drauflegen. Die Außentemperatur liegt bei 30 Grad. Das ist anstrengend für die Maurer. Und schlecht für die Betonmischung. Wenn es jetzt zu warm wird, dann wird der Beton zu schnell ziehen. Wir haben jetzt ein paar Flüssiger drin. Da geht es gerade noch so. Also da ermöglicht es halt die Temperatur, dass wir den bearbeiten können. Also längerfristig bearbeiten können. Aber trotzdem muss man zügig vorankommen, dass es in einem Teil betoniert wird. Und jetzt geben wir halt Gas. Für die 170 Quadratmeter große Bodenplatte braucht Julia etwa 30 Kubikmeter Beton. Und die Temperatur steigt weiter an. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Nach rund drei Stunden ist das Fundament so gut wie fertig. In ihrem Job muss Julia zäh- und durchsetzungsstark sein. Qualitäten, mit denen die junge Frau privat nicht immer punktet. Ja, am Anfang kommen die Jungs eigentlich schon ganz gut klar. Aber das ist halt immer nur die Anfangszeit, bis sie dann wirklich merken, wie tough ich eigentlich bin. Und das macht mich eigentlich schon traurig, weil eigentlich bin ich schon eine Herzensgute. Ich koche und ich backe und ich bin ja eigentlich auch ein richtiges Mädel. Und ja, das ist halt schade, dass sie halt immer nur die eine Seite dann sehen oder wegen der Seite mich dann halt so abschiebe oder sage, ja, mit der komme ich nicht klar. Schicht am Bau. Die Bodenplatte muss jetzt mindestens zehn Stunden trocknen. Vom Feierabend ist in der Oldtimer-Werkstatt nichts zu spüren. Mechanikerin Anna macht sich ans Ausschlachten eines Kadett B. Sie will den Motor ausbauen und anschließend bei einem anderen Wagen wieder einsetzen. Bei dem Kadett handelt es sich um einen ausrangierten Unfallwagen. Also das Auto ist krumm wie eine Banane, aber der Vorteil ist, Motor, Getriebe und noch einige andere Sachen sind in Ordnung. Für uns ist jetzt natürlich in erster Linie das Wichtigste der Motor. Es ist der gleiche Motor wie der Defekte, den sie am Vormittag aus dem Opel eines Kunden ausgebaut haben. Und den dieser ersetzen soll. Zwar sitzen die Schrauben dieses Mal nicht so fest, der Motor wehrt sich aber trotzdem. Irgendwas hängt. Irgendwas hängt. Der backelt hinten ein bisschen auf seinem Getriebe rum. Meinst du? Ja. Ah, und die Lenkstange. Der ist aber ab. Ja, die ist ab, aber die ist trotzdem im Weg. Gut. Also raus mit der Lenkstange. Ihre Ausbildung hat Anna vor 16 Jahren in einer klassischen Werkstatt gemacht. Spezialisiert auf Oldtimer ist sie seit 10 Jahren. Und mittlerweile hat sie ihr Herz an die alten Autos verloren. In der Regel sind Oldtimer ein bisschen sauberer. Die sind einfach sympathisch. Die haben Augen, die haben Herz, die haben Charakter. Weil auch wenn irgendwo was klappert bei meinen eigenen Autos, ich komme manchmal gar nicht dazu, das zu suchen, weil auf einmal dieses Geräusch wieder weg ist. Zwei Jahre später kommt es wieder. Also völlig verrückte Geschichten manchmal. Und diese Geschichten sind es, die Annas Schrauberherz höher schlagen lassen. So wie die Geschichte dieses Mercedes. Er gehört Anna und hat eine ganz besondere Bedeutung für sie. Die Leidenschaft ist mir wirklich in die Wiege gelegt worden, weil ich mit diesem Mercedes-Benz, das ist ein Ponton von 1961, Kombi, nach der Geburt nach Hause gefahren wurde. Also ich bin direkt vorm Kreißsaal in dieses Auto geladen worden, im Körbchen. Und das saß. Mir geht das Thema auch so tief, dass ich mir auch so ein paar Tätowierungen habe machen lassen. Maulschlüssel, Schraubendreher. Annas absoluter Liebling ist aber dieser Flitzer. Ein Opel Kadett B F Coupé Automatik mit 60 PS aus dem Jahr 1971. Das ist eigentlich das Auto, womit Mario und ich uns kennengelernt haben. Das war eine ganz romantische Geschichte, wie man sich vorstellen kann. Nee, der Wagen war richtig scheiße. Und wir haben den zusammen aufgebaut. Und daraus ist so ein bisschen auch diese Beziehung entstanden. Zeit für Nostalgie bleibt keine. Schließlich ist der Austauschmotor noch immer nicht aus dem Unfallkadett ausgebaut. Und Anna muss den Motor heute noch in den anderen Wagen einsetzen. Ich glaube, wir haben sie jetzt hoch. Nach zwei Stunden ist der Motor dann endlich draußen. Alright. So, den Lappen noch weg, damit es noch schöner aussieht. Auch den gebrauchten Motor will Anna noch ein wenig verschönern und lackiert noch schnell den Motordeckel. Um ihr Know-how wird sie von so manchem Mann beneidet. Ihr Faible für Autos kommt bei vielen gut an. Sie tun manchmal so, als ob das super exotisch wäre. Wobei mittlerweile Frauen im Kfz-Beruf jetzt nicht mehr, keine Einhörner mehr sehen oder so. Gibt's schon ein paar mehr als früher. Doch, aber es kommt schon relativ gut an, weil viele Männer ja auch von Autos gar keine Ahnung haben. Bis zu zehn Stunden täglich steht Anna in ihrer Werkstatt und repariert Autos. Gut, dass sie es nicht weit hat bis nach Hause. Schließlich wohnt sie auch hier und hat sich mit der Zeit ihre eigene Wohlfühloase geschaffen. Und dann gibt's noch so ein richtig besonderes Highlight, wo ich mich wirklich tiefen entspannen kann. Auch mal runterkommen, über ein paar Sachen nachdenken, auch über Abläufe. Egal ob morgens, mittags oder abends am Wochenende. Das ist wirklich der Place to be. Ein Ort der Ruhe, mitten im Industriegebiet. Auf den die taffe Mechanikerin besonders stolz ist. Die Dach der Hase ist ja auch wieder so ein Selfmade-Projekt. Das braucht man als Abwechslung, einfach wenn man kreativ ein bisschen arbeiten will. Das ist nicht dreckig, das ist was mit Holz, das ist was mit Blumen und ist ganz nah an der Werkstatt dran. Wir haben ja alles. Das entspannt eben auch enorm, mal so eine Abwechslung zu haben. Im Baden-Württembergischen Kreichtal lebt Maurerin Julia zusammen mit ihren Eltern im gemeinsamen Haus. In ihrer Freizeit fährt die Maurerin leidenschaftlich gern Motorrad. Ihr ganzer Stolz, eine Yamaha MT 07. Wenn ich mit dem Motorrad fahre, dann bekomme ich einfach meinen Kopf frei nach der Arbeit. Und was ich cool finde am Motorrad fahre, ist einfach die PS-Zahl zu spüren, das schnelle Fahren, wenn der Wind so entgegenprallt. Das ist einfach ein Megagefühl, deswegen wäre einer, also wenn jemand kein Motorrad fährt, ich verstehe das nicht. Das ist schon ein absoluter Traum, also ein Traumgefühl. Und auch heute will Julia ordentlich Gas geben. Geballte Frauenpower auf 79 PS. Im selben Ort ist auch der elterliche Betrieb. Den möchte Julia in absehbarer Zeit als Chefin übernehmen. Aktuell baut sie einen knapp 400 Quadratmeter großen Firmenanbau. Den will Julia heute ihrer Freundin Isabel zeigen. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Bist du mir entgegen? Ja, mach ich mal kurz. Aber es ist schon eine Weile her, dass ich hier war. Ja. Hat dir schon von außen echt hier einiges getan. Tatsächlich. Ja, ja. Denkst du? Dann zeigen wir mal, wie es von innen ausschaut. Ich schlaf nicht. Ich weiß nicht. Das ist schon seit letztem Winter, glaube ich, das letzte Mal hier. Ja, Weihnachtsfeier. Genau. Grüßens. Seit etwa anderthalb Jahren ist Julia hier schon zu Gange. Jede freie Minute opfert sie dem Anbau. Ab und zu mit Unterstützung ihrer Kollegen. Den Stahlträger haben wir zu dritt reingebaut. Und ja, ha. Echt den ganzen Stahlträger? Ja, und den da hinten auch. Das war schon eine Motzarbeit. Ich glaube, 12 Meter sind die lang. Okay, das ist schon massiv, ne? Ja. Und die Bretter noch drauf gemacht, dass wir jetzt auch laufen können. Und das, was passiert, dann auch schon angefangen zu mauern. Ich habe hier eigentlich fast alles selber gemacht, mit den Arbeitern zusammen, weil man nicht auch natürlich auch Geld sparen kann. Die Materialien kosten natürlich Geld, aber ich weiß ja, wie was funktioniert. Ich weiß, wie man betoniert, wie man mauert, wie man zum Beispiel Decke verlegt. Und da habe ich einige Kosten gespart. Und warum soll ich das nicht ausnutzen? Ein ganzes Jahr noch wird Julia mit dem Anbau alle Hände voll zu tun haben. Neben ihrer eigentlichen Arbeit. Doch das ist es ihr wert. Schließlich geht es um den Familienbetrieb. Klar, es ist auch irgendwo ein Druck da. Ich möchte ja auch, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Und ich möchte ja auch, dass meine Eltern sagen, ja, da guckt meine Tochter, die hat es durchgezogen. Die Maurerlehre, den Meister. Und jetzt übernimmt sie auch noch den Betrieb. Ich will halt einfach, dass sie zufrieden sind und dass sie auch wissen, dass ihr Geschäft in gute Hände kommt. Da bin ich voll stolz auf dich. Danke schön!